Frems Bremen führte gegen Arnautovic, Volley, oh herrlich denn Werder Bremen erzielte noch das 3 Der Käpt'n Lanzard übernahm die Verantwortung und Defoe brachte die Engländer erneut Rosales der Ausgleich Boschka und Defoe Freistoß, Schatli Tass Neskолько rikoshetov, Enjama должен был играть руками, конечно же Dwa mitsa zabivat, сразу же KPL в ответную атаку уйдет, удар 1-1 Gol, дня-то уж точно, насчет Не вперед, которая уже со многими очень играла злую шутку Закрывала групповой этап команда в Португалии, где уже в середине первого тайма Вторая победа, новая последняя мяча команда на групповом этапе Бенфиль Dan Cardoso Pablo Hernández Pablo Hernández Hattel Tempo Hattel 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 ...undar und Goal! ...Zabivai! 1-1! ...ein noch ein Schuss, aber Zabivai! Ich glaube, wenn Ajax zabiert, weil dann Milan wird... Danke! ...undar wird Pohrottom! ...Ruhe Pause und Brillierte hier als Vorbereiter für Karim Benzema. ...Ronaldo, der Portugiesische Superstar. ...Trabbe so wie dieser Angriff hier, denn Karim Benzema erfolgreich. ...Karim Benzema dann aber auch klasse aus. ...Zabende der drei Stunden, ...Razwan Rad, ...Aber der traf ihn... ...Kleilho, Fabi Rz. ...Lakur Ardeh. ...Kleilho, Magogo! ...Schuf Songs, Zabie Helho, ...And Salam an Sameed Nasri, ...Darrap PluHard. Aber der traf ihn... ...Schließlich schloss Luisa Adriano die Kur... ...Kleilho, Sklailho, Sklailho, ...Kleilho, Sanam an alle Jungs... Untertitelung. BR 2018